Ich zeige euch jetzt schnell, wie man am schonendsten eine untermassige Renken releast. Dazu brauchen wir keinen Kescher, wir brauchen nur die Schnurschnappen von der Hegene und mit folgendem Trick schnappen wir die Renken, dass sie mit dem Bauch nach oben schaut, dann halten sie sich ruhig. Ihr seht, wie sie ruhig halten. Ich löse das Nymphferl und lasse meinen Kopf voran. Dann kackt, eine Sausen und weg ist es.